Nun seht ihr eine Zusammenstellung aus einem Jahr YouTube. Viel Spaß! Hahahaha Hahahaha Hellstorm! Jawoll! Hellstorm unter dem Wie geht es? Wie folgt man? Wow! Auf, Alter! Ah! Ah! Oha! Geflogen! Das war echt, Klinger! Hahahaha Hahahaha Wenn ich wieder geflogen ist, egal! Hahahaha Wenn ich ein Like da lassen soll und mich abonnieren soll, dann kann ich mir vielleicht After Effects leisten Leute Wie nennst du Dibinator? Hallihallo! Keine Ahnung, wie nennst du die Schokohasen? Hey Schokohasen, abonniert mal Hahahaha Abonniert mal auf Instagram SNTLL Hahahaha Und alle Liken Du hast ja auch ein Insta, mach mal Werbung für dein Insta B A R Äh, was ich muss kurz überlegen Hahahaha A BK Oh mein Gott O B A M Oh mein Gott Soll ich kurz ne krasse Line raushauen? Mach es jetzt! Du bist eine Pussy, weil du eine Pussy bist Ich bin eine Pussy, weil man isst, was man isst B specified OOOOOO A Ja, ja JET Hahahaha Ding jetzt verpisst ich doch, Alter! Warte, ne! Ja, ok kam, warte Jetzt auf! Halt! Halt! Lass ihn! Hahahaha Ich muss halt ein Halt, um die Waller oder ein paar Mal zu sein Wo bist du? Hahahaha Liebe Flingen wollte ich mich bei beiden Jetzt lass sie mal rein. Wir sind auf dem Dach. Jamiro, bist du jetzt drin? Ich schwöre, wenn du am Montag nicht auskommst. Jetzt lass sie nicht mal rein, bitte. Wir sind auf dem Dach. Jami, stirbt jetzt mal wieder vor eure Nase. Schau mal, da rein liegt, Alter. Steck da schneller an, du bist tot. Ein Bock. Heute stellen wir euch Fortnite Update 1.1.1.0 vor. Ja, mit dem Scharfschützengefecht. Genau, wir werden heute einen neuen Modus ausprobieren. Und ja, genau. Das ist so unser Plan für heute. Ich glaube ich auf den Hügel. Soll ich auf den Hügel gehen? Nee. Ich gehe auf den Hügel. Oha. Achtiger 31er. Hab ihn! Komm, komm! Tu! Tu! I am the one! No way you! Dein Vater aus dem Maul. Ricks Maul. Hey, so sieht deine Mutter aus ohne Make-up. Du triffst mich nicht. 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 Ja, ich weiß. Das geht. Hi, wie geht's? Hi, wie geht's? Na? Schöner Tag heute, gell? Junge, wie lange lebt dein Video ein bisschen nass? Was ist los? Warum springst du so stark? Jetzt. Was machst du? Triffst mich nicht? Warte, soll ich dir zeigen wie es geht? Warte. So geht's. Ja, so. Dann kamen auch noch Facecam-Videos. Hab keine Munde Dschunger. Drei vor muss leer. Ich bin tot. Drei vor. Er ist tot. Wie viel? Drei vor. Von der fucking Pistel, Mann! Ich hab Sturm, da wo was. So und ich komm nachher vorbei, Bro. Ja? Ich will, Digga. Ja, Digga. Heide. Kommt alles, Digga. Oh, Digga. Ehre. Jetzt, jetzt, jetzt. Bleib neben, bleib neben, pscht. Sei ruhig. Ja, hier. Bleib drin, bleib drin. Unheilig. Ja, mach ich schon. Du bist mein Vater, Alter. Ja, ist egal wo ich anklicke. Stimmt's? Hier. Okay. Unten. Ne. 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 Tebas. 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 Tebas ist aggressiv. Hä? Seit wann lebt Tebas bitte, wenn Eddie stürmt? Ich habe sogar meinen ersten Blackout Win in der Beta geschafft. Und zum Schluss noch, ähm, das. Und damit, vielen Dank für eine Million Abo, 100.000, 400 Abonnenten, äh, vielen Dank, eh, 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 eh. Spaß beiseite, vielen Dank für 100 Abonnenten.